Töten, töten, töten! Die Nuke wird natürlich auch erreicht, jedes übliche Gedöns, Harry erreicht, in die Ecke gelegt, AC rausgekloppt und sowas. Ganz normaler Shit irgendwie hier, 3-4 Minuten Nuke, nichts besonderes, ein ganz kurzes Gameplay. Denn ich wollte mich einfach mal bei euch bedanken und zwar hat ja der eine oder andere schon mitbekommen auf Facebook, bei Facebook, in Facebook, dass ich 5000 Abonnenten erreicht habe. 5.000 Leute haben den Abonnier-Button geklickt, weil denen irgendwie ein Video von mir gefallen hat. 5.000 Menschen. Es ist einfach so fett, das ist einfach die Hälfte von so einem Eishockey-Stadion. Die Zahl wird einem gar nicht mehr bewusst, aber es sind einfach 5.000 Menschen, man. What the fuck? Ich hätte niemals gedacht, dass es irgendwelche Leute gibt, die wirklich meinen Shit feiern. Natürlich gibt es manche, die abonnieren dich, weil sie ein Video gucken und schauen dich dann nicht mehr, aber trotzdem habe ich ja noch so die 1.000 bis 2.000 Views, auch die Videos. Und es gibt einfach 1.000 bis 2.000 Leute, die meine Videos so richtig feiern und immer wieder gerne gucken. 1.000 bis 2.000. Jungs, das ist so eine krasse Zahl und ich wollte mich einfach mal bei euch dafür bedanken, dass ich wirklich so einen geilen Abonnenten habe. Also jeder sagt, ja, ja, ich habe die geilsten Abonnenten und nee, ich finde es einfach wirklich nice, was ich in dem einen Jahr wirklich erreicht habe. Es war so immer mein Ziel auf YouTube, irgendwann mal die 5.000 Abonnenten zu erreichen. Und ich habe es einfach geschafft und ja, nach einem guten Jahr, ich denke mal, das ist auch nicht so schlecht jetzt. Natürlich hat der eine oder andere nach einem Jahr vielleicht mehr Abonnenten, ist natürlich klar. Aber ich denke mal, 5.000 Abonnenten nach einem Jahr ist auch nicht so schlecht. Und wie gesagt, einfach mal wirklich fettes Dankeschön an euch alle, dass ihr mich abonniert habt oder generell, dass ihr meine Videos feiert. Ich hätte das niemals gedacht, denn ich bin ein ganz normaler Mensch, habe mit Kommentieren angefangen, habe mir gedacht, ja, vielleicht gibt es Leute, die auch so ausrasten, die mein Shit feiern und so. Es gibt einfach 5.000 Leute, richtig fett. Und ja, der Harry hat es hier schon erreicht. Vielleicht, ich muss dazu sagen, die nächsten Ziele irgendwie für mich auf YouTube oder generell so für mich jetzt mit Passi49 sind so eigentlich die 1.000 Likes auf Facebook. Deswegen würde ich nochmal euch bitten, wer das Video schaut, liked meine Facebook-Seite. Natürlich könnt ihr mich auch supporten, aber ich bin jetzt kein Geier, der so sagt, ja, ich würde euch bitten, teilt das Video. Wenn ich euch gefalle, wenn ihr mich feiert, dann macht ihr das ja automatisch, so ist es nun mal. Und ich denke mal, ich muss jetzt hier nicht irgendwie betteln, dass ihr sowas teilt oder so. Und wie gesagt, nochmal wirklich ein fettes Dankeschön an 5.000 Abonnenten. Ich wiederhole mich jetzt schon zum fünften, sechsten Mal, dass ich sage fettes Dankeschön. Aber es ist einfach so nice, 5.000 Leute zu haben. Und ja, wie gesagt, nächste Ziele wären eigentlich so, ja, 1.000 Likes irgendwie auf Facebook. Und ich glaube, das nächste Ziel wären dann irgendwie so die 10.000 Abos oder so. Und ja, der eine oder andere hat sich jetzt bestimmt auch ein Special irgendwie gewünscht zu den 5.000 Abonnenten. Ich hatte eigentlich auch vor, so ein Real-Life-Special-Video zu machen. Und ich habe das auch ausprobiert mit meiner Cam irgendwie und dachte so, ja, ich mache mal so ein Video. Aber Jungs, ich sehe einfach vor der Cam aus wie ein Spast, ohne Witz, wenn ich kommentiere zumindest. Und es ist einfach so ungewohnt, dass man sich so ansieht beim Kommentieren. Das ist einfach richtig dumm. Und ja, ich denke mal zu den 10.000 Abonnenten oder irgendwann mal, das lässt sich auf alle Fälle einrichten. Ein paar Leute haben mich ja schon gesehen bei irgendeinem Abo-Treffen von Vapiti und GGC-Klan und sowas. Und daher denke ich mal, ist das nicht so schlimm. Und ja, die Nuke ist hier erreicht. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich würde mich natürlich speziell jetzt zu den 5.000 Abonnenten über 200 bis 300 Likes freuen. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Und ich sage es wie immer, liked dieses Video, das liked das Video, wenn es euch nicht gefallen hat. Macht es gut, wir sehen uns. Haut da rein. Und ciao und liked meine Facebook-Seite. Ciao. Ja, kalt.